Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einem weiteren kleinen Trophäen-Guide zu Under the Waves. Heute zur Trophäe eine Dose Würmer und dafür müssen wir an diese Stelle hier geraten. Das ist mitten in der Hauptstory an Tag 15. Nachdem wir an Tag 14 die Raffinerie zerstört haben, sind wir in der Nacht diesen, sag ich mal, Würmern oder auch Egeln hier schon mal begegnet. Und jetzt an Tag 15 sind wir in der Drohnenfabrik oder zumindest Wartung und sollen hier nach dem Rechten schauen, denn einige Drohnen scheinen kaputt gegangen zu sein. Und ihr seht auch hier, was womöglich der Grund ist. Und jetzt gilt es hier dran vorbeizukommen oder hindurch, da hilft eine Fackel. Aber für die Trophäe eine Dose voll Würmer oder eine Dose Würmer wollen wir das Ganze eben jetzt an der Stelle nicht tun, sondern wir gehen mitten rein. Und ihr seht jetzt gerade, mein Sauerstoff ist hier niedrig. Ich nehme deswegen jetzt noch welchen, aber tatsächlich ist es so, dass wenn ihr hier reingeht, die euren Sauerstoff und damit auch euer Leben, sag ich mal, erziehen. Und das wollen wir jetzt mal genau machen, einfach hier reinlaufen und bleibt hier drin. Ihr werdet jetzt sehen, euer Sauerstoff sinkt, wie bei mir jetzt auch, komplett auf Null. Und was passiert? Ja, ihr sterbt tatsächlich. Und das triggert die Trophäe eine Dose Würmer. Ihr seht es bei mir auch auf Poppen. Und ihr macht jetzt einfach genau am letzten Speicherpunkt weiter. Aber einmal hier in den Würmern sterben müsst ihr, um die Trophäe eine Dose Würmer zu triggern. Das war es schon. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal. Und dann sehen wir uns hier ganz bald wieder. Bis dahin und Tschüss. Bis dahin und Tschüss.